Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer Videoserie, die ich Sommerloch genannt habe. Was Sommerloch ist, brauche ich nicht erklären, das sollte jeder von euch wissen. Genaueres zu dem Video immer in der Videobeschreibung. Ich habe einfach Bilder und Filme eben zusammengepackt. So werden alle diese Filme aussehen. Vielleicht sage ich auch mal was dazu, mal sehen. Ihr werdet auf jeden Fall ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit miterleben. Meine fotografische Vergangenheit, ich werde gucken, was ich finde. Also es wird ganz unterschiedlich sein, von daher viel, viel Spaß damit. Und wer Fragen hat, bitte in die Kommentare reinschreiben, was ihr wissen wollt und dann versuche ich das zu beantworten. Es könnte aber sein, wenn ich gerade in Urlaub bin, dass die Antworten ein wenig Zeit brauchen, denn das Internet ist dort nicht wirklich schnell und ich werde mich dann dementsprechend zurückhalten müssen mit den Antworten. Viel Spaß und los geht's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020